Hallo miteinander und willkommen zu einem Kontrollbesuch bzw. einer erweiterten Vorstellung zu Black Geyser Curious of Darkness. Wir haben uns das Spiel schon vor einiger Zeit mal angeschaut, ganz kurz, als es im Early Access rausgekommen ist. Und der wesentliche Punkt war damals eigentlich, es war noch auf Englisch verfügbar. Jetzt seht ihr hier schon am Menü, mittlerweile wurde das übersetzt, es ist auch die volle Release-Fassung draußen. Und da dachte ich mir, wir schauen nochmal hier in zwei, drei Folgen mal rein, wie sich das Ganze jetzt spielt. Ist ein klassisches RPG, also CRPG in dem Sinne, eine isometrische Ansicht, wir steuern eine Gruppe von Leuten. Und auch ganz erstaunlich tatsächlich, wir können sogar den Spielstab von damals neu laden und weitermachen. Und das werden wir jetzt auch direkt tun. Das heißt, wir haben den Prolog hinter uns gebracht, so ein bisschen die Vorgeschichte. Und jetzt fängt das Spiel eigentlich erst richtig an. Genau, da sind wir hier gerade angekommen. Das ist unser guter alter Charakter, Todion. Der Wintermagier und dieser ominösen, ich glaube ich, Elfenrasse oder sowas. Na, ihr seht, man kann ja auch ein bisschen zoomen, aber naja, besser ist es, wenn man eher weiter weg von bleibt. Sonst sieht das alles hier ganz klassisch aus. Katzi ist auch am Start. Wunderbar. Ja, du kannst deinem Charakter eine Ruhepause gönnen, indem du auf die gleichnamige Schaltfläche klickst. Wenn dein Charakter sich ausruht, wird ein Teil seiner Gesundheit sowie Zauber und Fähigkeiten wiederhergestellt. Aber Vorsicht, in der Wildnis zu schlafen, birgt die Gefahr, wilde Tiere und unfreundliche Gestalten anzulocken. Gasthäuser aufzusuchen ist sicherer und komfortabler. Ja, relativ standardmäßig, wenn wir draußen pennen, kann es sein, dass wir überfallen werden. Und so gibt es auch mehr Komfort. Machen wir mal direkt hier. Ausruhen. Und das ist die Vettel. Ja, wach auf du Faulpelz, die ganze Zeit immer nur am Schlafen. Wurde wohl von Traumgeistern großgezogen. Ja, moin. Das ist es, ein guter Morgen, um Arbeit zu erledigen. Achso. Also, wie wäre es, wenn du dich nützlich machen und den Garten jäten würdest? Ihr hört es ein bisschen, es gibt auch eine englische Sprachausgabe, die hier unterlegt ist. Aber, naja. Ich denke, wir werden es auch gleich in den Optionen auf ganz leise stellen, weil ich euch sowieso alles vorlese. Wenn ihr es eh dann selber spielt, müsst ihr eh alles vorlesen. Ja, warte mal. Warte kurz. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, bevor ich dir helfe. Gut, stell deine Fragen. Aber sei gewarnt. Ich kann nicht garantieren, dass du auch die Antworten mögen wirst. Wie bin ich eigentlich hier gelandet? Nun, wenn du es wissen willst, du warst kurz davor zu sterben. Also brachte ich dich in mein kleines Versteck im Wald. Und kannst du es glauben? Jetzt wirst du nicht mehr sterben. Äh, ja. Kannst du Lord Aspen? Jaja, ich kannte ihn. Gewissermaßen. Ein guter Mann. Aber ein schlechter Vater. Mach nicht so ein Gesicht. Sein eigener Sohn hat ihn getötet. Er kann nicht wirklich ein Patriarch gewesen sein. Wer bist du? Nur eine alte Hexe, die ihre Privatsphäre liebt. Tja, die Vettel. Und bevor du fragst. Nein, ich habe nicht vor, dich in einem Fuchs zu verwandeln. Oder jetzt eher fragen, ob du mich essen willst. Aber ich glaube, dafür sind wir zu alt, ne? Sind auch nicht sehr liebkugig aus hier, das Ganze. Ja, holzig. Ähm. Siehst du denn nicht, dass ich trauere? Mein Lebenser wurde von Altner, seinem eigenen Sohn, getötet. Bleistige Hände werden deine Tränen trocknen, Junge. Wir machen uns heute Abend einen Eintopf. Und du hilfst mir dabei. Du musst ein paar Sachen für uns besorgen. Äh, schau dir kurz die Liste an. Lass es mich wissen, äh, wenn du sie gelesen hast. Okay. Bist du zu lesen, die du erhalten hast, öffne das Inventar deines Charakters. Da unten? Wahrscheinlich auch ihr. So. Mit einem Restklick auf das Listen-Symbol im Inventar-Raster öffnest du die Gegenstandsbeschreibung. Zutatenliste sammelt folgendes. Eine Handvoll Beulenwurzeln, einen Braunstängelnpilz und ein Stück Fuchsfleisch. Okay. Liegt nicht ganz so krass. So, das sind wir. Mit unserem lustigen Stab. Äußerst fröhlicher Magier am Start. Wie man sie halt kennt. Wir haben auch die Sachen, glaube ich, die wir gefunden haben noch hier. Großartige Wollhandschuhe, mit denen wir unsere Tränen trocknen können. Rezept für Heiltrank. Ah ja, in Compagnia sind alle Rezepte handlich an derselben Stelle verzeichnet, von jederzeit einsehbar. Anders als Zauberschriftruhen bleiben Rezepte nach dem Abschreiben erhalten. Du kannst sie also später an Händler verkaufen. Ach, cool. Rezept für alle Ablegenrezepten ansehen. Den haben wir jetzt hier definitiv mit drin. Denn tatsächlich ist Crafting hier in dem Spiel durchaus, also anders als muss man sagen, als in den meisten CRPGs, ist Crafting hier durchaus relevant. Und an so viel kann ich mich zumindest erinnern. Und ob sie böse ist, was haben wir denn hier drin? Aufguss aus Beerensaft. Einige behaupten, dass die heilende Wirkung von Aufgüssen reine Einbildung sei. Aber man kann sich nie sicher sein. Falls ihr aber euren Gaumen verwirren möchtet, solltet ihr folgendes versuchen. Lege zwei Portionen Ofkatze in einem Kessel und lasse den Inhalt acht Stunden ziehen. Acht Stunden. So viel Zeit. Pflanzen und Gebräue. Moment. Bekannten Ursprungs sind auf diesem Tisch verstreut. Also das ist ganz klassisch hier alles. Unten ist das Lock. Hier haben wir eine leichte Lederrüstung. Gewänder des Ausnahmetales. Okay. Ja, interessant. Wir geben uns auch eine Intelligenz. Das dürfte ja unser Hauptstart sein. Grundchance des Duckens ist hier reduziert. Natürlich aber viel mehr Resistenz. Wir nehmen es natürlich mit. Ich gucke mal, ob es eine Highlight-Taste gibt. Also mit Tab kann man auf jeden Fall die Leute highlighten. Die Katze hat uns gerade zugestellt hier. Ah, okay. Der Tab ist nicht nur Leute, sondern auch alles andere. Okay, was haben wir denn hier? Alle Heilmittel und einen Heiltrank. Wir nehmen mal gerne mit. Gehen wir mal nach draußen. Starke magische Kraft hält diese Tür verschlossen. Aber... Oh, warte mal. Das sind ja auch noch Sachen. Die habe ich gar nicht hier gesehen. Oh Gott, Düsselkäfer. Pulver des Ehrgernisses. Oh, das sind zwei Hofkatzen. Da können wir jetzt so einen Aufguss machen. Du? Gut, gut. Du kannst lesen. Ich habe hier etwas, das dir dabei helfen wird, alles zu sammeln, was wir brauchen, ohne dich allzu sehr zu verletzen. Hier, zieh die hier an. Okay, wir haben einen Gegenstand mit so einem Attributen erhalten. Wenn du ihn trägst, kann ich die Attribute und Fertigkeiten deines Charakters anpassen oder sogar gänzlich neue Zaubersprüche und Fähigkeiten bereitstellen. Ah ja, neue Handschuhe. Gartenhandschuhe. Lässt uns braun und trocknen besser. Okay. Ah, guck mal, sind jetzt sogar sichtbar hier auf dem... Der Paper Doll. Ich glaube, das war letztes Mal auch noch nicht so, oder? Oh. Tja, das wird sich in der Marke, der gar nicht so extrem intelligent ist. Aber das sind trotzdem unsere höchsten Werte hier mit Konzentration und Intelligenz. Zielen und Genauigkeit und Gewirkt davon zaubern. Ah ja, und das sind die Grundzauberplätze, die wir haben. Okay, dann gehen wir mal jetzt mal raus. Da hat unser Zauber auch kurz gesehen. Noch nicht sehr imposant. Wir haben Schnee und Steinwand. Level 1 alles, okay. So, Fertigkeiten haben wir hier. Magiewahrnehmung. Können wir die auf alles anwenden, theoretisch? Ist das irgendwie magisch? Offensichtlich nicht. Waffen. Radiant, der Savierstab oder die Faust. Okay. Plündern wir das hier. Mana-Trank wahrscheinlich. Aufguss aus Bärensaft. Und Allheilmittel. Ich meine, das ist klar, was der macht. Ich meine, er ist blau. So, öffne deine Karte, um die Zuladen zu finden, die die Vettel verlangt hat. Ah ja, mit M öffnen wir also die Karte. Das ist hier die Gesamtkarte. Schon ein bisschen was zu erkunden hier. Ist durch die Frage, wie viele interessante Punkte es hier wirklich gibt. So, wir sollen da hin. Spinnkolonie. Spinnkolonie. Und da ist... Richtiger Busch. Ja, Spinnkolonie. Das hört sich doch sehr interessant an. Wer ist das denn hier eigentlich? Elfen-Druide. Seid gegrüßt, Reisender. Ich bin wohl in dir. Bitte verzeiht, wenn ich etwas verwirrt wirke. Mir geht es nicht gut. Achso. Der Druiden-Orden hat mich geschickt, um diesen Wald zu heilen. Ich soll eine eindringende Spinnart ausmerzen. Aber sie haben mich leider überwältigt. Ich wurde heftig gebissen. Die Rebisse sind giftig. Ich kann nicht weitergehen. Ich wollte mich in die Hütte retten, wurde aber abgewehrt. Die gelben Spinnen zerstören das Gleichgewicht der hiesigen Natur. Ich bin momentan zu schwach, um sie zu bekämpfen. Aber vielleicht könnt ihr mein Werk für mich zu Ende führen. Ihr seid ein Narr, wenn ihr einem Fremden in der Fitness vertraut. Erst recht, wenn ihr ihm sagt, wie schwach und wehrlos ihr seid. Okay, also auch diese guten alten Optionen sind verfügbar. Wenn ihr durchdrehen wollt, offensichtlich ist das möglich. Ja, was hat euch vergiftet? Ein ganzer Haufen kleiner Dämonen ist über mich hergefallen und hat mir einige Bisse zugefügt. Das Gift dieser fremden Art ist stärker als das der hiesigen Arachniden. Die Wunden sind nicht tödlich. Ich konnte zum Glück rechtzeitig das Gegengift einnehmen. Aber ich werde noch eine Weile schwach und benommen sein. Erzählt mir mehr über diese grausigen Spinnen. Verschiedene Gruppierungen meines Ordens haben in Jeringals Welten eine beunruhigende Entwicklung bemerkt. Neue und bisher unbekannte Arten halten Einzug und zerstören und verzehren unsere natürlichen Ressourcen. Normalerweise würde ich sagen, dass solche einfachen Geschöpfe keine Gier kennen. Aber die koordinierte Art, wie sie die örtlichen Tiere vertreiben und ohne erkennbaren Grund Nahrung horten und Territorien beanspruchen, lässt kaum eine andere Vermutung zu. Sie müssen vertrieben werden, bevor der Schaden nicht mehr zu beheben ist. Ja, ich vertreibe diese gelben Spinnen für euch. Also hoffentlich schaffen wir das. Danke für den Dienst, den ihr, der grünen Mutter, erweist. An vier Stellen im Wald ist die Plage am schlimmsten. Es gibt jeweils eine Kolonie im Norden und Süden, eine weitere in der Nähe eines auffälligen Gebirgs, ebenfalls im Süden, und eine an der Altenbrücke im Westen. Okay, das sind ja zufällig die Orte, die wir hier sowieso schon hatten, ne? Okay, wir laufen erstmal ein bisschen rum hier, ne? Jetzt gut getarnt. Na ihr seht, das ist natürlich alles Indie hier. So erwartet hier keine krassen grafischen Abenteuer. Da ist so ein lustiger Käfer. Da ist eine Waldspinne. Bist du eine böse Spinne oder bist du eine gute Spinne? Du bist auf jeden Fall keine gelbe Spinne. Die gelben Spinnen sind die bösen Spinnen. Also, ich wollte damit nur sagen, auch in einem Vergleich zu einem Pathfinder, sieht das hier natürlich schlechter aus. Aber ganz ehrlich, ich denke, wenn ihr eh CRPG-Fans seid, also echte CRPG-Fans, dann ist euch die Grafik eher egal, das kommt auf die Geschichte und so weiter an. Wahrscheinlich können wir diese Viecher zu irgendwas verarbeiten, ne? Minimale Fertigkeit in braun und trockenen 20%. Nehmen Sie mal mit, da ist auch ein Fuchs. Würde den Fuchs, der durch diese Gegend streift und sammle sein Fleisch für die Vettel ein. Und dafür muss sein Charakter den Fuchs angreifen und dann seinen Kadaver plündern. Zauberwürker-Charaktere können alternativ ein Angriffszauber aus ihren eingeprägten Zaubern wirken, die sich in Schnellplätze über die Portraitzeile befinden. Ja, hoffen wir mal, dass unser Schnee reicht, um diesen Fuchs zu fändigen. Das tut er. Okay. Warte mal, habe ich das? Keine Ahnung, wieso das noch hier rumliegt, aber... Ich meine, Schätze, wir haben die Quest eigentlich schon. Weißer Wurm. Das war das andere, was wir holen sollten. Enten und Anfänge. So, Braunstängelpilz und Beulenwurzeln. Ja, das ist Fuchsfleisch, ne? Also irgendwelche Wurzeln, das heißt wir... Oh, warte mal, das sind gelbe Spinnen hier. Es sind halt echt viele. Wir können halt nur noch einmal zaubern. Ja, er will, dass wir das drücken. Okay, alles klar. So, wie wäre es, wenn wir diese Spinne... Ich hoffe ja nicht, dass... Also ich hoffe immer, dass diese Spinnen nicht irgendwie Gruppenagro haben, sonst sind wir gleich tot. Oh, sie haben Gruppenagro. Ah! Renn! Oh, nicht verfehlen. Komm schon. Oh Gott, weggeduckt. Ich sag's euch, ne? Gut. So. Mit Max 1 bis 2, ein Giftseute schaden. Oh, warte mal. Allheilmittel? Hm, trinken. Wir sind ermutigt auch. Die Socke vergiftet, Victorion. Es ist die Frage, ob das... Also es hat uns auf jeden Fall das Gift rausgehauen. Wir haben uns aber nicht gesünder gemacht. Allerdings den falschen Gifte vom Nutzer. Sehr schön. Okay, jetzt muss man noch irgendwas essen wahrscheinlich. Kein dieser krassen Pilze hier. Heiltrank. Trink mal den. Lack aus Kräutern und Zusatzstoffen. Besonders vorteilhaften Attributen. Zwerf Gesundheit trinken. So. Ich weiß nicht, ob diese weißen... Ach, guck mal, das ist vielleicht so ein Pilz, den wir brauchen. Ja, Traunstängelpilz. Da ist noch jemand. Das andere war ja irgendeine Wurzel. Aber es ist ja gut, dass die nicht automatisch angreifen. Ist das hier? Oh, das ist die Bollenwurzel. Okay. Jetzt haben wir genug für den Eintopf. Ach, das ist wieder der Eltenroider. Wir bedichten erstmal und müssen uns ehrlich gesagt auch wieder ausruhen. Vielleicht einen kurzen Blick in unser Zauberbuch werfen. Äh, ja. So, Favoriten. Das Spiel haben wir momentan nicht zur Auswahl. Bis dir 7 geht es offensichtlich. So, wir haben uns jetzt einmal ausruhen, dann haben wir dann auch erheblich mehr im Angebot. Gut. Sieh einfach wie wir anderen deine Handschuhe an. Alle Finger gleichzeitig. Hä? Du hast noch... Du hast doch nicht versucht, einen Finger nach dem anderen reinzukriegen, oder? Äh. Ah, sieh dich nur an. Was für ein fleißiger Held du doch bist. Du hast nicht einmal den Stab benötigt, den ich dir zum Schutz überreichen wollte. Hier, nimm ihn trotzdem an dich. Dann sehen wir uns mal die Ernte an. Ach so, wir hätten noch mehr von ihr kriegen können. Das ist okay. Ja, es ist alles da. Perfekt. Ähm. Woher willst du wissen, was in meinem Rucksack ist und was nicht? Ach. Sagen wir einfach, das habe ich im Gefühl. So, als wäre alles da. Wo es sein sollte. Vielleicht ist es auch einfacher zu akzeptieren, dass ich wieder jahrelang herumgeschnüffelt habe. Deshalb weiß meine Nase Bescheid. Okay. Jetzt wo ich alles erlicht habe, was du brauchst, ähm. Hätte ich noch ein paar Fragen zu dem, was hier vor sich geht. Nein, nein. Lass uns erstmal den Topf zum Kochen bringen. Und dann... Was? ...dienen als Zutaten für allerlei Herstellungsprozesse. Pflanzen, Pilze, Früchte und Insekten können zu Tränken gebraut oder getrocknet und zu Pulver zermahlen werden. Neben frischem Material brauchst du auch Werkzeuge für diese Aktion. Einen Kessel zum Brauen und eine Hitzequelle wie Kerzen oder eine Laterne zum Trocknen. Um mit dem Trocknen zu beginnen, musst du erst das Inventar, den Tabelschirm öffnen. Okay. Ach, hier. Trocknen. Das hier. Oben im Trocknen-Reiter siehst du deine Zutatensammlung. Ah, hier. So. Zwischen Zutaten und Hitzequellen zu wechseln. Ah, okay. Trocknen wir mal über eine Kerze. So, dann trocknen wir mal. Ah, und das ist auch verbraucht, die Kerze damit. Deine Zutaten sind nun getrocknet. Deine Kerze wurde bei den Vorgängen verbraucht. Laternen hingegen können beliebig oft verwendet werden. Mit ihnen kannst du auch verschiedene Hitzestufen auswählen. Klicke auf die Schaltbrüche zermahlen, um die Zutaten zu Pulver zu verarbeiten. Anders als das Brauen und Trocknen erfordert das Zermalmen nur eine kurze Zeit, bis es fertig ist. Wupp, wupp. Okay, jetzt haben wir die Dinger hier. Nett, nett, nett. Das müsste man ja eigentlich sagen. Ah, es wäre natürlich schön, wenn man hier ein getrenntes Inventar hätte, ne? Eigentlich. Mit dann Zutaten und so. Okay. Äh, so. Ich hab's gemacht. Gut, gut. Schön trocken. Fein gemahlen. Einen kurzen Augenblick und... So. Jetzt steht er auf dem Feuer. Nun haben wir ein paar kostbare Minuten üblich. Wir sollten reden. Was das Reden angeht. Okay. Du willst über das Reden reden? Wie meinst du das? Was glaubst du denn, was ich meine, Kind? Hör auf mit den Rätseln, alte Frau. Ich habe deine Aufgaben erfüllt und du wirst mir jetzt meine Fragen beantworten. Oh, du denkst du ja, dass meine Aufgaben erledigt waren. Und was denkst du, warum ich sie dir aufgetragen habe? Ähm, du versuchst mir etwas beizubringen. Lernen und forschen. Sehr gut. Ich glaube, du hast den Dreh raus. Aber sollte das nur ein Zufall gewesen sein, wenn du dir die Zeit nimmst und die Mühe machst, dir Wissen anzueignen oder auch nur lernst, wie man spricht, dann wird dir das in den kommenden Schwierigkeiten, nein, schwierigen Zeiten, sehr helfen. Achte genau darauf, was du im Gespräch mit deinem Verstand oder Charme aufdecken kannst. Dankeschön, das ist eine wertvolle Lektion. Es freut mich, dass du das so siehst. Nun, ich bin sicher, du hast noch mehr Fragen. Vielleicht kann ich dir noch etwas beibringen. Ähm, warum hast du mich auf dem Espen-Anwesen vor dem Angriff gerettet? Ich bewachte Lord Espen. Er hat in Isilmerald für das Gleichgewicht gesorgt. Jetzt, wo er tot ist, ist das Gleichgewicht gestört. Und zufälligerweise habe ich eine Schwäche für junge, talentierte Leute. Du warst zur richtigen Zeit am falschen Ort und ich hatte die Chance, dir zu helfen. Okay. Aber wieso hältst du mich hier fest und bringst mich dazu, all diese Dinge zu tun? Hm. Du warst auf all deiner Angriff auf das Anwesen seines Vaters nicht vorbereitet. Und ich glaube auch nicht, dass du auf das Chaos in der Welt vorbereitet warst, als ich dich daraus geholt habe. Du bist hier um deiner Sicherheit willen und um sicherzustellen, dass du für das nächste Unglück, das kommt, gewappnet bist. Wer bist du wirklich? Ich fürchte, das ist die einzige Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Man könnte der Einfachheit halber sagen, dass ich jemand bin, den du bestimmt warst, zu treffen. Ich bin hier, um dich auf deinen Weg zu bringen, damit du das erreichst, was du erreichen musst. Was muss ich denn erreichen? Es tut mir leid, ich habe mich falsch ausgedrückt. Es gibt zwei Fragen, die ich dir nicht beantworten kann. Okay. Ist der Einfach gleichwertig? Ja, ja, gleichwertig, in der Tat. Nun, es gibt noch etwas, das du wissen solltest. Sobald du von hier weggehst, wird die Welt, die du gestern kanntest, verschwunden sein. Äh, verschwunden? Wie meinst du das? Ich befürchte, dass der Angriff auf das Ästenlandwesen nur der erste Funke eines verzehrenden Feuers war. Vieles wird durch Zwietracht und Krieg verloren gehen. Aber es gibt schlimmere Dinge als den Krieg. Es gibt etwas, das du verstehen musst, bevor du von hier weggehst. Ein großer und schrecklicher Fluch liegt über Isilmerald und einem Großteil des übrigen Yarengal. Er treibt Männer und Frauen in den Wahnsinn, lässt den Prinzen verhungern und den Bedürftigen am Leben verzweifeln. Und die Bedürftigen am Leben verzweifeln. Es ist die Essenz der Habgier selbst. Ein Flug der Gier breitet sich im ganzen Land aus. Gier? Aber Gier ist geil. Wie meinst du das? Die schreckliche Begierde, die sich in den sterblichen Herzen verbirgt. Sie ist einer der dunkelsten Träume. Aber das ist keine normale Gier. Nein, dahinter steckt Magie. Und kein einfacher Lehrlingszauberspruch. Er ist sehr gefährlich und das musst du begreifen. Ah, der Eintopf ist fertig. Jetzt noch abkühlen lassen. Okay. Ah, jetzt kann ich dich gut sehen. Du bist eine Art Magier, oder? Ah, den einen oder anderen Zauberspruch kenne ich schon, ja. Eine gute Einschätzung deiner Fähigkeiten. Ja, gewiss. Du musst noch viel lernen. Dann fangen wir mal an. Hier, nimm dies. Das ist eine Schriftrolle mit einem Zauberspruch, den du lernen kannst. Lies sie. Ah, okay. Das ist ähnlich wie bei den D&D-Geschichten Fieber. Zauber aufschreiben. Was macht den Fieber? Zauberklasse unnatürlich, typ magisch. Spruch Magier, Wintermagier, Necromant können. Das ist der Zauber, lässt beim Ziel ein intensives Fieber ausbrechen, das im Körper ein starkes Hitzegefühl auslöst. Für den Ziel Schwäche, Poch und Unterrüsten. Und zwar so drei Dibas quasi. Aufschreiben. Sehr gut. Ich sehe den Ausdruck des Erkennens in deinen Augen. Du hast einen neuen Zauberspruch gelernt. Du musst so viele lernen, wie du kannst. Was ist das denn jetzt hier? Ich sage das mit aller Vorsicht. Magie wird dich am Leben halten, aber sie kann auch unvorhergesehene Gefahren bergen. Nun, es gibt im Raum eine Falle, die dich erstecken kann, wenn du nicht auch bist. Versuch sie zu finden und zu entschärfen. Verschwende keine Zeit. Kat hat eine Falle entdeckt. Zauberer können die Fertigkeit Magie wahrnehmen nutzen, um Fallen mit magischen Bestandteilen zu finden und zu entschärfen. Ah, dafür ist das. Okay. Hier. Sehr gut. Sehr gut. Der Frostzauber auf der Falle war nur ein lästiges Detail. Andere Geräte dieser Art sind vielleicht nicht so sanft. Und Zauberer begegnen auf ihren Reisen vielen seltsamen Dingen. Einige werden dir schaden wollen, aber du hast die Fähigkeit, sie rechtzeitig zu erkennen. Ach, aber was sollen wir nochmal? Ach, richtig. Ähm. Aha, wir haben es geschafft. Der einen Topf wurde gekocht und ist abgekühlt. Hier, Junge. Das wird dich am Ende eines langen, langen Tages aufwärmen. Ich sehe schon wieder diesen Blick in deine Augen. Nein, keine weiteren Fragen für heute. Ist dein Eintopf und schlafe dich aus. Okay, aber... Ja, ist lustig, dass sie das setzen. Also wir haben ja jetzt eigentlich das Fieber noch, aber... Die könnten es einmal mitnehmen, war. So. Okay. Dann essen wir jetzt mal den Eintopf. Haben wir den jetzt hier bekommen irgendwo? Sie wollte uns ja eigentlich auch noch einen Zauberstab geben, aber... Sie selbst Glück zu gewähren. Wirklich, bei erlittenen Treffer. Ähm. Das ist eine Kette. Wir sollten vielleicht alles ausrüsten, was wir so haben, was wir benutzen können. Der hier ist neu, ne? Gelehrtenstab. Und ja, das Zauberstab haben wir... Der bringt uns mehr Konzentration. Der bringt uns aber einen Bonus auf Lernen und Forschen. Okay. Ich schätze... Das ist schon okay so. Okay, und dazu noch mehr Kessel. Ja, das sieht alles interessant aus. Ich denke, wir ruhen es erst mal aus. Beziehungsweise... Müssen wir den jetzt hier holen eigentlich? Wo ist denn der Eintopf? Sieht den Eintopf nicht. Nichts hiervon sieht eintopfig aus. Oder ist das nur so wiederher gesagt, dass wir es essen sollen? Ich denke, wir gehen einfach mal schlafen, wahr? So. Guten Morgen, Torion. Ich befürchte, dass unsere gemeinsame Zeit sich dem Ende neigt. Ich habe immer noch nicht verstanden, was wir hier eigentlich tun. Nur ein kleiner Zweitvertreib. Also ein bisschen. Ja. Ich muss sicher gehen, dass du bereit sein wirst, dich der Welt zu stellen. Ist das also, ich bin bereit? Oh ja, ja. So bereit, wie man nur sein kann. Ähm. Was gibt es denn in der Welt, auf das ich vorbereitet sein sollte? Ach, egal, wo du hingehst. Konflikte warten auf dich. Es kommen große Dinge auf dich zu. Mehr kann ich nicht sagen. Nein, nein. Das ist alles? Ja. Darum geht es im Prinzip. Seit ich dich aus dem Haus deines Vaters geholt habe, sind im Ganzen jährige Dinge in Bewegung geraten. Mein Vater. Ja. Lord Aspen. Aber ich bin ja nicht einmal ein Mensch. Er kann nicht mein Vater sein. Es tut mir leid, mein Kind. Ich möchte dir nicht erklären, wie Babys gemacht werden. Ich denke, das weißt du auch nie. Aber deine Mutter war tatsächlich kein Mensch. Ach so. Die Gottheiten von Jeringal waren die Hebammen deiner Mutter. Du solltest eine Rolle in ihrem Plan spielen. Und so mussten sie deine Sicherheit garantieren, damit du deinen Zweck erfüllen kannst. Du wurdest in eine gefährliche Welt geboren, mein Liebes. Deshalb war es enorm wichtig, dass du nicht als erstens Erbe erkannt wirst, bevor der rechte Zeitpunkt gekommen war. Als die Gottheiten durch die Schleier der Leere blickten, erkannten sie, dass ein Feldegug Kind einen starken Überlebenswillen besitzen und Stand auf genug sein wird, um jeder mentalen und körperlichen Herausforderung zu stotzen. Wir sind ein Feldegug. Ich glaube, das ist unsere Rasse. Deshalb wurdest du als perfektes Ebenbild deiner Mutter geschaffen. Ah. Nur weil die enge Verbindung zwischen deiner Mutter und Lord Espen bisher geheim gehalten wurde, konntest du in Frieden leben. Es ist mir im Moment nicht möglich, näher darauf einzugehen. Aber wisse, dass du der wahre Erbe von Lord Espen bist. Dieses Wissen sollte fürs Erste genügen. Damit solltest du auch verstehen, warum Lord Espen dir solche Aufmerksamkeit geschenkt hat, obwohl du nur einer seiner Untergebenen warst. Die anderen Bediensteten haben sicherlich nicht die gleiche Ausbildung oder die gleichen Gefälligkeiten erfahren. Das gilt auch für sonst niemanden in seinem Haus. Mit Ausnahme deines Halbbruders Altna. Götter, er hat unseren Vater umgebracht. Das hat er. Das ist die Welt, in die ich dich zurückschicken muss. Eine Welt, in der der einzige Erbe Lord Espens einen Vatermord begangen hat. Eine Welt, die nichts von deiner Existenz weiß und dir dennoch feindlich gesinnt ist. Es ist alles zu viel. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Mein Vater war Lord Espen und der Fluch der Gier, den du vorhin erwähnt hast. Ja, mein Kind. Aber du bist jetzt bereit für die Welt und du wirst Erfolg haben. Oder vielleicht wirst du scheitern. Aber ich denke, dass du zumindest gut scheitern wirst. Ja, ja. Okay, dann vielen Dank für die Ratschläge, ne? Jetzt musst du dich der Welt stellen, Torion. Ich habe unsere gemeinsame Zeit genossen. Du führendest den Weg frei. Sei vorsichtig, mein Kind. So. Das wäre jetzt das Tutorial, das Vollständige. So, dein Charakter hat genug Erfahrung gesammelt, um mein Level aufzusteigen. Klicke auf das Symbol, das auf dem Charakterporträt erschienen ist, um den Vorgang einzuleiten. Reisen nach Islbride, wie wir finden, ist jetzt unser nächstes Ziel. Okay. Fertigkeitsreiter, nämlich den Pfeilen links und rechts neben der Bezeichnung Punkte von Fertigkeiten abziehen oder sie hinzufügen. Zauberer-Charaktere können auch Punkte für neue Zauber ausgeben. Ja. Also wir könnten zum Beispiel braunen und trocknen verbessern, lernen und forschen. Bietet die Fähigkeit, verschiedene Texte, Schriftfrauen und Rezepte zu lesen. Das ist natürlich wichtig, ne? Für Zauber. Schriftfrauen können anschließend eingesetzt oder ins Zauberbuch gelegt werden, während Rezepte erlernt und ins Kompedium eingetragen werden. Der Gänz verbessert das? Okay. Falsch und überzeugen. Das sind absolut unsere Dinge hier, ne? Waffenfertigkeiten, Klassenfertigkeiten, Großname-Talent. Schaltet weitere Dialog-Optionen mit Bezug auf Zauberer frei. Neben den zusätzlichen Optionen erhöht es auch den falschen und überzeugungswert für Dialoge mit anderen Zauberern, Alchemisten, Wahrsagern und Gelehrten. Das ist ja schon mal ganz geil. Aber, ja, du willst wirklich, dass ich das hier noch erinnere? Ähm, da verbessern wir immer unseren blauen und trockenen, ne? So. Hier haben wir einen. Was machen denn die obskuren Studien? Gewährt ein starkes Talent für Zauberer mit erfüllter Energie, indem es zusätzliche Zauberplätze für solche Zauberer bereitstellt. Die Zeit bis zu ihrem nächsten Einsatz verringert. Okay, das wäre jetzt diese Mauer zum Beispiel, die wir haben. Das macht magische Abwehr, die die Fähigkeit einer Barriere aus obskurer Macht macht, um das Lager zu formen, wenn eine Rast im Freien eingelegt wird. Okay, die hält Leute davon ab. Das ist natürlich auch gut, aber wir nehmen mal das auf, das verbesserte Ausnahmetalent hier. Damit wir mit anderen Magiern uns besser unterhalten können. Die Waffenfertigkeiten. Ja, Stäbe und Knüppel, hä? Eigentlich perspektivisch werden wir das eher verwenden, aber für den Moment besser nicht mal Stäbe und Knüppel, damit wir müssen ein bisschen was treffen. Annehmen. So, dein Charakter kann neue Zauber lernen, sich diese einbringen und wirken. Zauber müssen vor dem Einsatz eingeprägt werden. Kannst du ein Zauberbuch öffnen und den PV-Druckst, wo ist das Erfolgssymbol? Ja, das haben wir ja schon gesehen, ne? Ja. Haben jetzt auch einen Platz mehr. Wir sind auf Level 1, hier erfahren dein Charakter, dass du höhere Level haben, die verfügbaren Zauber. Du kannst die verschiedenen Zauberlevel über die Level außerhalb im Zauber identifizieren. Haben wir hier natürlich schon drin, haben wir aber noch keinen Zauberplatz, dafür muss man wahrscheinlich noch aufsteigen. So, erhöhte Magie. Nimm dir auf, okay, das passt zu mir. Einmal Fieber, fünfmal schleudern. Hier noch das Fieber mit rein. Schließen. So, ja, und jetzt könnten wir das Ganze hier richtig angehen. Wir haben ja noch diese Spinnen-Quest. Jetzt haben wir zumindest auch genug Zeug, um die abzuschließen. So, wir gucken uns hier gleich noch rum. Wir sind nur eine kleine Karte. Und der Spielen können wir in die Wahl wieder schon dran. Wir nehmen natürlich alles mit. Und wie gesagt, schauen wir uns das erstmal in hier zwei, drei Folgen mal an, damit ihr einen guten Einblick habt, wie das Spiel so läuft, wie es funktioniert. Grafisch ist wahrscheinlich das Wasser wieder eines der Highlights. So, wir kleiden uns natürlich alle Insekten, alle Sachen, die wir zerreiben können und daraus hoffentlich schöne Sachen herstellen. Aber ich denke, das soll mal genügen hier für die erste Folge sozusagen. Ja, falls ihr euch den Produkt nochmal anschauen wollt, ich, ja, werde ihn euch wahrscheinlich hier irgendwie verlinken als Infokarte. Und da, das, aber im Prinzip wurde euch hier schon so erzählt, das Einzige, was im Produkt passiert ist, dass sie aus diesen Anwiesen fliehen. Das ist alles mehr oder weniger gescriptet. Man erfährt so ein bisschen die Vorgeschichte, dass der Halbbruder eben hier von der Gier besessen ist, ne. Und das hier halt alles einnehmen möchte. Also es gibt hier wohl einen Krieg, der ausbricht. Das ist alles schon mal sehr interessant. Interessanter Hintergrund für Einspiele dieser Art. Ja, und wir sind da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Falls ihr euch informiert gefühlt habt. Und ein Abo, falls ihr mehr sehen wollt. Wenn es hier big ist, schauen wir hier auf dem Kanal uns immer wieder an. Und spielen sie oftmals auch durch. Also. Ciao, ciao. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Thorin. Euer Thorin. Untertitelung des ZDF, 2020